Musik Da sind wir wieder, herzlich willkommen, es ist METO Ich habe hier gestern auch tatsächlich mit angepackt Und ja, man versucht das zu retten, was noch da ist Wir haben hier von morgens bis abends zum Beispiel Hier zum Beispiel in Bad Münster-Alf, hier sind gerade viele Menschen Wichtig, unbedingt Handschuhe mitbringen Ja, weil man sieht es hier in den Trümmern, es sind teilweise auch Glasscherben drin Es ist unfassbar viel Dreck, deswegen auch Desinfektionsmittel mit dem Schippen werden dringend gebraucht Gummistiefel und natürlich auch Schubkarren Und das ist nur noch ein Problem Musik 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 Musik